So, willkommen zurück zu Call of Duty Ghosts. So, drücken Sie vorwärts oder rückwärts zum Zoomen. Okay. Da ist er ja. Aha. Äh. Ziel erfüllt. Gerne. Gerne. Wunderbar. Dann kann es ja losgehen. Warte doch mal die Zeit ab. Darf ich mal? Danke. So, jetzt, jetzt los hier. Jetzt retten Sie Airyaks. Let's go. Oh, komm. Boah, ist doch krank, alter. Boah, war einer von uns. Boah, krass. Boah, krass. Boah, ist ja nie los. Ein bisschen Action hier. Boah, krass. Boah, krass. Boah. Boah, krass. Boah, krass. Warte aber auch krass. Boah, krass. Warte aber auf den Weg. So, krass. Oh, krass. Barsche. Boah, krass. Ja. Die sehen noch, was hier los ist, ey. Mann. Rander. Boah, ey. Bleibt mal locker hier, alle. Mann. Noch ihnen höher, aber... Denk ich mal. Ja. Ja, dann los. Drücken Sie keine zum Benutzen des ferngesteuerten Scharfschützengewehrs. Äh? Die ist nicht einig, äh, Zielvorrichtung halten. Äh. Benutzt das Scharfschützengewehr. Ja, welche Taste denn, verdammte Scheiße? Äh, behindert. Äh, was ist denn das hier für ein Bullshit, ey? Äh, tr... Äh, was ist denn das hier? Ja. Äh, hallo? Mann. Oh, jetzt, äh. Ach, komm. Shit. Fuck. Ah, was eine Scheiße, ey. Machen wir halt nochmal. Ja. So. 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 Oh, geil. Wo ist der? Oder so. Oh, haben die eine neue Knarre hier irgendwo? Sehr schön. Oh, na super, ey. Kein Problem. Die geht doch gar nicht richtig ab, ey. Hm, sehr schön. G oder M aus und drehen Gas werfen, okay. Sehr schön. So muss das sein, ey. Hier, fang. Ey, die Sau, ey. Rann, 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 rann. Na, das kann ich auch. Kleiner Saudi. Der Hund hat Hunger. Komm, such. Eigentlich braucht der Hund auch eine Gasmaske. Aha. Okay. Ah, gehen wir hier lang. Komm, lauf, lauf, lauf. Perfekt. Perfekt. So, kann ja nicht weit sein. Ach, da lang, okay. Tsunami-Clubhouse. Tsunami-Clubhouse. Drei, zwei, eins, go. Los geht's. Sehr schön. Sehr schön. Ey, Leute, dringet nicht so. Ey, Leute, dringet nicht so. Das war alles für den Arsch, ey. Ne. Merrick, zieh dir das an. Mach den Reise fertig. Eine Tötungsliste. Rock will die Ghost. Zum Teufels Rock. Keine Zeit für Erklärung. Sie kommen, wir müssen weg hier. Kigen, nimm ihn. Wir verschwinden jetzt. Ne. Horn war ab. So. Boah. Da sind so viele. Mach ich, mach ich. Wir brauchen Deck und Feuer. Kommen die alle her, hier. Sehr schön. Komm, 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 komm. Was macht denn der Hund da? Alter. Alter. Oh, was ist denn hier los, ey? alter schwede eine Mission. Wir rannten direkt ins Chaos. Und irgendwo, mitten in diesem Gefecht, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. So, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Also, haut da rein. Bis dann. Wir kommen zurück zu Call of Duty Ghosts in der Mission Heimkehr. Okay. so, Untertitelung des ZDF, 2020